Ich bin Johanna Linnfeld, 36 Jahre alt, mache aber seit ungefähr zwei Jahren den Drachenbootsport in Duisburg. Wir sind die Wolfsee-Vikings von der Wannheimer Kanugilde. Ich bin durch einen ganz großen Zufall zum Drachenboot gekommen. Meine Schwester hatte ein Probetraining gemacht und hatte mir dann davon erzählt, ich war seit längerer Zeit auf der Suche nach einem schönen neuen Mannschaftssport vor allen Dingen und gerne auch auf dem Wasser. Ja, dann bin ich einfach mit ihr dazugekommen und das hat mich gecatcht vom ersten Training an. Also was ich schön finde am Drachenbootsport ist, Du hast ein tolles Teamgefüge, das Auspowern durch den Sport. Innenhafenregatta letztes Jahr war schon super spannend. Es war einfach von der Atmosphäre ultra schön. Also Innenstadt Duisburg, da ist schon doch nochmal was anderes, als dann hier auch auf dem See zu sein. Bei meinem Team bin ich die Teamkapitänin oder eine in unserem Teamkapitänskreis und wenn ich im Boot sitze, dann bin ich ganz vorne als Schlagfrau auf der rechten Seite. Dieses Jahr wollen wir auf jeden Fall nochmal besser abschneiden als letztes Jahr. Unser Ziel als Team für dieses Jahr ist einfach noch eine Schippe drauf zu legen. Können Sietschern Können Sie ein sehr nögerer, kein Sch sì. Können Sie ein sehr nögerer und ein beeindruckt. Woher sich dafür immer ein wenigstens, ein sehr nögerer und ein sehr nögerer und ein sehr nögerer und ein sehr nögerer. Vielen Dank.